Die siebte Explorer Note von der Dear Jane Mod findet ihr auf Karno Island und zwar genau bei 7,6 und 93,9. So, was haben wir diesmal Neues an Skins? Zum einen haben wir den Core de Prophet, so sieht er gut aus. Und ich habe mir mal was anderes einfallen lassen und zwar beleuchte ich jetzt die ganzen Dinos mal in der Nacht mit Lampen. Denn das sieht ein bisschen besser aus. So wirkt das mit dem Schatten nicht mehr ganz so kacke. Wir haben jetzt einmal einen Deedon Skin. Wir trennen uns hier mal wunderschön im Kreis. Ist okay. Dann haben wir als nächstes den Mesopithecus. Finde ich tatsächlich ziemlich cool in Kombination mit dem Skin von dem Typen hier. Nochmal die Ansicht ändern. So sieht der Kleine aus. Das sieht irgendwie ein bisschen gefährlich aus ehrlich gesagt. Das ist eigentlich sogar ganz cool. Und ihr seht es schon, wir haben noch einen Megalania Skin. Guck mal, wie sieht das im Dunkeln aus mit den Augen. Okay, krass, Alter. Im Dunkeln siehst du halt einfach nur noch einen schwarzen Fleck. Das ist ja, das ist so krass. Kriegt man dich irgendwie cool ins Licht? So sieht das halt geil aus, ne? Wenn er so halb beleuchtet ist, finde ich das echt cool. Aber so richtig beleuchten tut das hier nicht bei der Megalania. Schade. Ja, im Foto-Modus geht es halt voll klar, ne? So sieht das eigentlich echt geil aus, finde ich. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von den Skins haltet, ob ihr die Note schon gesammelt habt und was euer Lieblingsessen ist. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Euer Finch. Ciao, ciao.